Nö, nö, lass mal. Nö, danke. Bist du so religiös, ne? Nö, bin ich nicht. Zum Glück. Zum Glück, ja. Nö, ich hatte eh die Schnutze voll, wo ich Konfirmationen hatte. Oder machen musste. Also Kirche ist für mich der reinste Horror. Bist du, äh, bist du Eva oder Katholik? Eva. Sonst hätte ich ja jetzt nicht gesagt Konfirmation. Krei, muss ich nicht an. Geht das wieder mit der Beta? Äh, nein, geht das wieder mit dem Auftrag anfordern und so weiter? Ne, das wird erst Anfang September gemacht. Aber ihr werdet halt schon mal alle angemeldet. Aber fahren mit Dispo und so weiter wird erst Anfang September gemacht. Da wird auch für alle noch mal so eine Studium kommen. Hier macht der Jochen dann mit uns allen. Ja, der Jochen. Ja, der Jochen. Der momentan schon sein kann. Ja, wegen Internetprobleme. Eben. Ja, da habe ich ja im Multiplayer-Programm was Interessantes gelesen. Da schreibt ihr mal das Programm für, äh, oder da hat das Programm schon geschrieben. Ist schon fertig. Das war eine Festphase. Dass du, wenn du Sisko, wenn du den Auftrag früher machst, darfst du nicht mehr selber schreiben. Dann gibst du dann bloß noch im Spiel Start ein und wenn das Ende ist, Ende ist, soweit ich das mitgekriegt habe. Und das Rest macht das Programm automatisch. So, Roda, hast du schon eine Fracht M.P. oder... ich weiß mir egal wo sind wir gerade hier landen was ich habe ein bisschen was zur auswahl das meiste war leider in england also ich könnte nach polen nach breno nach straßburg glasgow manchester manchester cambridge london jetzt ist die sache wo du hin kannst ich habe noch was franken nach frankreich da fahr ich über calais wie mussten du fahren wenn du nach holland willst nach flexto zum hafen oder sagt über welche stadt fährst du über rotterdam oder amsterdam ich komme beides nicht an ich würde entweder habe ich was nach polen nach tschechien nach frankreich und der rest ist dann england das ist jetzt die scheiße schon lange kann ich fahr nach frankreich ne stimmt gar nicht ich war nach polen wo du jetzt hin fährst du ist mir egal oder ich fahr dir irgendwie hinterher weil ich glaube es wird ein bisschen frierig und wenn wir mit lottmann fahren kann ich vielleicht gucken ob ich noch ein hinger nach polen bekommen wird ja musst du mir halt hinterher fahren ja musst du mir halt hinterher fahren ja musst du mir halt hinterher fahren ne du also mit du willst du bestimmt nach den polen da ne diesen glaube ich stapler hänger ne ne feuerwerk glaube ich war das ich weißte ich weiße nicht wie ist das denn mit dem ich weiße nicht wie weiße nicht 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 nein Ich bin bereit. Also ich bin abverbereit. Also, äh. Boah, Rückkopplung. Glaube ich. Nee, das ist bloß ne Hupe. Ja, äh, Rodo, wo fährst du jetzt hin? Oh, sag mal. Oh, ich hab heute Kopfschmerzen. Vielleicht wär's ne Option offline zu gehen mit deinen Kopfschmerzen. Äh, die sind nicht so heftig, aber das war schon heftig für mich. Glaub ich dir. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Die Scheiße sind eh noch hingestellt. Sorry, mein Spaß. Die Scheiße sind eh noch hingestellt. 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 Die Scheiße ist eh in den Scheiße. Die Scheiße sind eh noch hingestellt. Die Scheiße sind eh noch hingestellt. Ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.